ARD Text im Auftrag von Funk Saudi-Arabien. Wir haben ein holographisches Telefonkonferenzsystem entwickelt und führen es dem saudischen König persönlich vor. Sind Sie der Pfarrer? Führer, Pfarrer, Held. Das ist doch die Moschee, die vor meinem Balkon aus sehe. Ja, da finden die Hinrichtungen statt. Wollen Sie mal gucken, was jetzt gerade los ist? Nein. Nein! Dad, ich vertraue dir. Hör nicht auf Mom. Sie hat gefragt, was macht er in der Wüste? Vielleicht beweist du ihr einfach, dass sie sich irrt. Auf ihn ruht ein Deal, der lebenswichtig ist für die Firma und damit umso lebenswichtiger für Sie. Aber Sie wissen, dass da nichts passiert, oder? Da geht's volldammt voraus. Warten Sie es ab. Hallöchen! Seine Majestät kommt heute nicht. Er sitzt leider in Jidda fest. Er ist im Jemen. Er ist in New York. Der König war eine Weile nicht hier. Wie lang ist eine Weile? Also, ich bin seit 18 Monaten hier und ich hab ihn noch nicht gesehen. Alles okay? Nichts passiert. Vodka! Ich bin Dr. Hakim. Kommen Sie rein. Am Sonntag werden die Ergebnisse besprochen. Und sind Sie am Sonntag dann auch da? Ja. Eine Frau als Arzt, ja? Und Sie waren allein mit dir. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass ich meine Rückkehr nach Amerika verschiebe. Für wie lange, weiß ich noch nicht. Bereit? Bereit. Sie schießen viele Fotos. Sie arbeiten für CIE oder sowas? Nur ab und zu nebenbei ist kein Vollzeitjob. iniz Jorge voilà. Abonniert. Berinder. In die Stadt. Überstoßen. In die Stadt. ZDF. In die Stadt. Janor tr извест well... Due.